und ich sage willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen folge idk gaming for you ich bin der dennis und wir sind auf dem weg zur nächsten nebenmission und zwar müssen wir eine lieferung ausführen wir wollen fatima lavang drei unsichtbarkeitstränke vorbeibringen schön dass ihr eingeschaltet habt mit dabei seid ich freue mich riesig euch hier das gameplay auf deutsch auf der ps5 präsentieren zu dürfen im digital deluxe drei tage vor abzugang lasst mir also gerne like kommentar kostenloses abo da und schreibt mir gerne mal eine bewertung in die kommentare wie ihr das game bisher so findet ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil also es macht mir extrem viel spaß wirklich extrem viel spaß und es sieht fantastisch aus ich meine guckt euch das an wie wir hier lang fliegen die ganzen wälder die flüsse die bäume all das ist einfach unglaublich schön gemacht das kampfsystem macht extrem viel spaß und das werde ich euch jetzt auch einfach mal zeigen wie das so funktioniert was man da so alles machen kann wie es mir in so einem kleinen so da sind wir schon fatima ich habe eine lieferung von jay pippins zaubertränke schickt ein kind vor um seine arbeit zu erledigen was er nimmt immer den einfachsten weg um es sich leicht zu machen mussten sie die etwa auch für ihn brauen spielt keine rolle sie können das vermutlich ohnehin besser als er warum bestellen sie bei ihm wenn sie mit der qualität nicht zufrieden sind anscheinend versuchen immer mehr meiner kunden sich von mir zu verstecken ich verurteile das nicht sie wissen ja nicht welchem druck ich ausgesetzt bin hochwertige produkte zu liefern im gegensatz zu anderen verkäufern bemühe ich mich um zufriedene kunden hier sind die angeforderten zaubertränke glauben sie dass das so einfach ist ich weiß dass pippin seine kunden ständig hinters licht führen will er tut alles um auf kosten der qualität einige gallionen für sich zu sparen sie sehen keinen einzigen knut bis ich weiß dass die zaubertränke funktionieren trinken sie klingt einfach das mache ich das hoffe ich doch haust ja einfach rein dann trinken wir mal so dann trank was haben wir denn hier unsichtbarkeitstrank und sie scheint zu wirken nun ich vermute das genügt wenn die nachfrage nach trinken so groß ist wäre es da nicht einfacher mit anderen zusammenzuarbeiten sie könnten ihre rezepte und fähigkeiten kombinieren keine chance dieser nichts nutz hat seinen laden geerbt wir anderen mussten unseren eigenen weg gehen er soll nicht von meiner harten arbeit und meinem verstand profitieren wenn er scheitert dann soll er nur sie erwähnten dass immer mehr kunden versuchen sich zu verstecken warum eigentlich nun ich kann nicht für alle sprechen aber meine erschwinderinnen kundschaft hat sicher ihre gründe aber das würde ich an ihrer stelle ganz schnell wieder vergessen ich lasse mr pippen wissen dass ich die tränke wie gewünscht geliefert habe tun sie das was verkaufen sie hier gucken wir gleich mal können wir irgendwas verkaufen nein was haben wir denn hier blut egelsaft pilze flor fliegen eier einer arschwinderin mond stein und ein halbtrank denke ich ziehe mir zwei so halbtränke rein genau das hätte ich auch ausgesucht ok top gerne da müssen wir zu pippen auf jeden fall zurückkehren ich will nur hier noch einmal ganz kurz gucken wenn wir schon extra so weit weg von allem sind erstmal schönes butterbier einziehen was es hier noch so gibt noch so zu holen gibt da ist zum beispiel eine tasche neues outfit ok hier schnell reisen hier haben wir merlin als nebenmission ok da wäre halt jetzt dann die frage was muss man da machen aber ich sehe hier schon mal so eine kugel da wäre jetzt nur die frage wohin damit mit dieser kugel ok der loot ist im haus da ist zu verdammte axt und dann muss man hier mal immer so ein bisschen gucken ob man da nicht vielleicht dann auf die schnelle diesen unterschlupf und diesen merlins zauber kern dann findet aber auf jeden fall nicht auf die schnelle ist gut versteckt diesmal hier nehmen wir den ganzen loot noch mit natürlich ganz wichtig immer schön looten hier haben wir noch honig ok bienenstöcke handbuchseite mitgenommen sehr gut ähm wo können wir denn da hin fliege ich halt einfach dahin frech wie ich bin so macht man das nämlich bei slytherin hahaha das ist ein ort wie aus dem märchen rebellium ok sesum öffne dich ich schätze mal das muss ich da rüber ziehen sonst wäre das nicht so auffällig vor dem karren gespannt na komm oder muss man das mit schwung hier runter rollen lassen ne das macht er nicht so rollt er auch nicht hier rüber rollt er auch nicht er rollt fast gar nicht allgemein ich kann da auch nicht anschieben hier mal noch eine kiste hmm spannende sache also diese merlins rätsel die haben es echt ganz schön in sich da fragst du dich echt schon manchmal was und wie und wo und weshalb und warum ich hab das bis jetzt immer noch nicht gefunden wo diese kugel rein muss gell so krass ok komisch hauptsache erstmal alles looten hier ok und dann würde ich sagen erstmal schnell reise zurück so karte wir müssen nach hoxmeat schnell reise und dann zu dem tränkeladen gibt es einen gemütlicheren ort als hoxmeat gibt es einen gemütlicheren ort als hoxmeat zack und reden wir mal mit pippen lassen sie mich einfach wissen wenn ich helfen kann ich habe die tränke fatima lawong gebracht sehr gut und hat sie ihn ärger bereitet kein problem ich habe mich darum gekümmert das höre ich gern und vielen dank nochmal für ihre hilfe es war schön mit ihnen geschäfte zu machen mr pippen gleichfalls wenn man sich nicht selbst mit dieser hexe herumschlagen muss nimmt man gerne die kosten in kauf übrigens habe ich dieses buch mit trank rezepten in kienbridge gefunden wäre das nützlich für sie ist das fatimas rezept buch sie sollten es behalten fatima verdient es nicht das weiß ich zu schätzen aber sie müssen noch viel über den respekt vor dem eigentum anderer lernen manche dinge sind unter zaubertrank brauern heilig ich bringe es ihr sofort zurück shit ich dachte er freut sich darüber wenn wir das ding klauen gut mütze haben wir gekriegt auftrag abgeschlossen ein nebenauftrag werden wir noch machen dann haben wir auch nochmal uns was extra dazu verdient von den achievements her und wir haben hier ein hauch von liebe und axio duell das würde ich ganz gerne eigentlich machen ok jemand sucht nach einer herausforderung im axio duell sehr gut jetzt wäre nur die frage wo das ist immer die große frage hier ok perfekt das machen wir hey duellieren macht nämlich einfach viel zu viel spaß hey duellieren macht so viel spaß das ist so geil in dem spiel gemacht let's go na da ist er ja na dann komm her du muppet mach ich dich fertig lernen dann dich zu einem axio duell herausfordern es wird zeit dass du dich einem echten gegner stellst außerhalb von ronans zauberkunst unterricht ein axio duell ist mehr als ein spiel es ist ein kräftemessen ein härtetest für hexen und zauberer also ich bin dabei legen wir los super geil dann gucken wir uns die platzregeln mal an nutze axio um die kugeln so nah wie möglich an die kante zu bringen ok so übertrifft das mal dann machen wir das halt mal so knappes ding ok ja es ist nur eine frage des winkels ne freunde ein kinderspiel 30 punkte ja dein dickschädel ist jetzt im weg hier nice das ging ein bisschen daneben ach komm ernsthaft ich kann hier die bälle runter schubsen scheibenkleister aus dem handgelenk ok leander ich muss jetzt eine 100 machen sonst habe ich das duell verloren ja puh das war eine knappe nummer nicht schlecht gut du hast mich besiegt ja rollo sieger idk so muss es sein baby du hattest nur glück es war kein glück ich bin einfach besser also schön du hast recht du bist besser als ich ich sage den anderen dass du weiter spielen kannst den anderen ich habe sieben mal in folge gegen samantha dale verloren die anderen achio duellanten dachten du wärst keine echte herausforderung wenn du mich nicht besiegen kannst alles klar soll ich weiter oder du bist dafür nicht geschaffen sagen come on üb weiter die üb weiter dann wirst du auch besser du hast wohl recht ich werde den anderen sagen dass du die probe bestanden hast geil leute damit habe ich sechs von sechs nebenmissionen abgeschlossen richtig richtig gut gucken wir gleich in die hauptaufträge rein dann würde ich nämlich sagen starten wir mit dem schatten der krypta und machen hier eine schöne hauptmission so mal rein da las miranda denn sie will ja zack schnell reise dahin und dann ab zum schatten der krypta mega das game macht so spaß leute das ist der hammer das ist der pure wahnsinn ich habe schon lange kein spiel mehr gehabt was mir so viel spaß gemacht hat außer Deliverous Mars ja das hat mir auch extrem viel spaß gemacht aber hier hat sich tatsächlich der early access für mich persönlich doch sehr rentiert und das freut mich auch dass diese 15 euro oder 10 euro extra die ich da gezahlt habe sich endlich mal ausgezahlt haben Sebastian lange nicht gesehen stimmt schön dass du meine eule erhalten hast ich muss dir was zeigen lass mich dir erstmal danken für das was du in der bibliothek getan hast natürlich Skripner wollte mich nachsitzen lassen aber ich habe meine mittel und wege du hast den kopf für mich hingehalten und das ist viel wert hast du gefunden was du gesucht hast das habe ich aber da fehlte etwas vielleicht sollten wir woanders darüber reden verstanden wir können gleich weiterreden in der krypta nicht mal die professoren wissen von diesem ort hier lang genau hier gibt es ein geheimgang sehr gut verborgen cool ok wo ah hier also dann ab in die krypta ey das ist so cool gemacht Leute ich sag's euch er hat ihn krypta getauft wir haben hier immer kobold stein gespielt mit meiner schwester Anne sie liebte dieses spiel wie gerne würde ich nochmal mit ihm verlieren hör zu ich habe ominous geschworen diesen ort zu schützen also behalte das hier bitte für dich ok und da scheint sebastian scheint eine traurige geschichte zu umgeben er hat seine kleine schwester anscheinend verloren ok ok gut erzähl uns mehr mein lieber erzähl uns mehr ich kenne ominous aus dem gemeinschaftsraum er findet sich mit seinem zauberstab im schloss zurecht ja das stimmt ich weiß nicht wie ominous wurde blind geboren da hilft kein zauber es ist fast so als hätte sein zauberstab ein bewusstsein würde mich nicht wundern olivander sagt immer der zauberstab wählt den zauberer hat er so diesen ort gefunden nein jemand in seiner familie wusste davon die gorns sind voller geheimnisse ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen erzähl das niemandem besonders nicht ominous er hat für seine familie oder ihre geheimnisse nichts übrig aber dieser ort bedeutet ihm viel natürlich ominous erwähnte seine familie bei unserer ersten begegnung dass er für sie nichts übrig hat ist noch untertrieben gut du verstehst wie dem auch sei die krypta war der perfekte ort um sich vor neugierigen blicken zu verstecken und sogar verbotene zaubersprüche zu üben ach ja zum beispiel den explosions zauber die professoren sagen der zauber sei nicht geeignet für schüler klingt nach einem gefährlichen zauber du klingst wie ominous er missbilligt die verwendung verbotener zaubersprüche obwohl er diesen gerne gelernt hat ein zauber wie konfringo ist nur in ungeübten händen wirklich gefährlich solche zauber sollten lieber richtig gelehrt werden ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige formen der magie aber du solltest ihn lernen ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen geil ja bitte unbedingt auf jeden fall es kann dauern bis man ein gefühl dafür bekommt bewege den zauberstab wie ich die beschwörung lautet konfringo konfringo ok 3 2 risiko entspannt z wie zoro oder z wie konfringo du hast es raus bereit es richtig auszuprobieren yes wo ist er denn der konfringo geil konfringo wir nehmen den mal statt expelliamos ok konzentriere dich aber auf die ziele damit die krypta intakt bleibt versuch's mit diesen armleuchtern beide sind nützlich aber du wirst schnell feststellen dass konfringo etwas weiter weiter gut gemacht wie ist es so ein bisschen heiß du gewöhnst dich dran konfringo nice gut so ich glaube ich hab's gut gemacht cool der ist cool ich muss sagen das hat spaß gemacht als ich mit ominis das erste mal konfringo übte versenken wir uns die augenbrauen das hätte ich gern gesehen das hat uns lange verfolgt bis heute hat dieser spruch etwas an sich das süchtig macht das ist genau die art von magie die ich lernen wollte ich kenne noch viel mehr ich übe hier schon seit ewigkeiten ähnliche zaubersprüche allerdings habe ich ann und ominis nicht von jedem erzählt ich war schon länger nicht mehr hier ohne ann ist es anders das mit deiner schwester tut mir leid wenn ich irgendwas tun kann wenn ich wieder nach feldcroft gehe könntest du mitkommen und ann treffen sie kann aufmunterung gebrauchen sag mir wann und wir treffen uns sie vermisst hogwarts sie sitzt zu hause bei unserem vormund onkel salamon fest leider musst du ihn auch kennenlernen einen neuen schüler zu treffen ist genau das was sie braucht ich freue mich darauf prima übrigens was hast du da vorhin in der halle nicht sagen können wo soll ich da bloß anfangen du sagtest bei deinem fund in der bibliothek fehlt etwas könnte es etwas mit victor rookwood zu tun haben er hat dich in hogsmeat doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt oder dir entgeht wirklich nichts alles was ich sagen kann ist Wookwood und ranrock suchen etwas das ich ihrer meinung nach aus gringotts gestohlen habe gringotts wann warst du dort professor fick und ich sind nach dem drachenangriff dort gelandet da war dieser port schlüssel und ein port schlüssel nach gringotts nun das ist alles etwas verworren ich höre in dem buch aus der verbotenen abteilung fehlten seiten das war es auch schon schade dachte nicht dass du mich mit einer so vagen Antwort abspeist da sowohl Rookwood als auch ranrock hinter dir her sind solltest du den explosions zauber noch ein bisschen üben bleib hier solange du willst und denk da dieser ort bleibt unter uns dass wir sebastian nicht ganz vertrauen dürfen deswegen habe ich mich dafür entschieden dass wir ihm nicht alles erzählen werden aber ihr kriegt von mir jetzt natürlich auch nochmal einen coolen Harry Potter-Fact und zwar Drew Barrymore hatte einen Cameo-Auftritt in Harry Potter und der Stein der Weisen der wurde jedoch rausgeschnitten also lass mir gerne ein Like, Kommentar, kostenloses Abo da und wir machen weiter beim nächsten Mal bis dann Tschüss ... ...